hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ls19 hier aus dem studio mein name ist master schröder und bei uns ist der das chaos hallo so dieses spiel wird auch trecker auf stellsimulator was das gerade gemacht was so ja stimmt ich stelle den anhänger gerade auf da geht das ja ja gut ja warum auch nicht der vordere anhänger ist übrigens schon voll und wenn ich jetzt noch zweimal aus lehre dann ist der hintere auch vorher dann müssten wir mal uns überlegen was wir mit dem bruderbohnen machen ich würde sagen das verkaufen was denn hier einmal voll ist und den rest bunkern war mal ein falls dann doch mal irgendwann zu schweinen kommen oder was okay ich weiß noch nicht wie viel kredite wir bezahlen müssen jetzt über nacht das könnte ziemlich teuer sein aber wir haben ja morgen früh genügend silage um uns wieder liquide zu machen und zwei pferde haben wir auch zum verkaufen verlässt so ja eigentlich nein so hinterlässt kein das ist glaube ich sogar nicht mal getreide das ist glaube ich eine hülsenfrucht was ist eigentlich der unterschied zwischen hülsen frucht und hier und schoten oder sowas hier wie bei erbsen und bohnen das gibt es da gibt es einen unterschied ich bin mir auch nicht ganz sicher allgemeineres als schon ach so ja ich weiß das auch nicht da gibt es irgendwie gibt es mehrere begriffe für das ist glaube ich das kann man ja so wie die erdnuss die ja keine nuss ist die erdnuss ist keine nuss deswegen sind die leute die immer sein sind auf nüsse allergisch und dann damit kommen ja erdnüsse wenn ihr ein bisschen hier auf nüsse allergisch das ist so ist das wie eine erbsverhalten war halt mit erdnüsse ja und härteren ja ja einfach die werden ja länger dran gelassen dass sie vertrocknen also ich einfach es muss ja wenn der name ist schon hier leitend ist es wie die erdbeere die erdbeere ist nämlich nuss die erdbeere ist laut die botanische definition eine muss ja da kommst du wieder genau so ist in der art so jetzt wenn man war spitz finde ich hier nur klug scheißer modus ist gerade an kann man zu wer weiß denn sowas kennt sie die sendung wer weiß denn sowas hier mit bernhard warum nicht weil ich sehr wenig deutsches fernsehen solltest du vielleicht mal anfangen mit da kommt er ist hoch qualitatives qualitätsfernsehen wenn man jetzt so sozusagen hier den niveau vollsten sender so rtl sich anguckt dann lief den einen tag wo formel 1 kann den ganzen tag ich wollte als die wiederholung sehen von formel 1 rennen blaulicht report ich meine okay ich habe den ton ausgeherbt ich habe das bloß im augenwinkel gesehen er hat was geflimmert und ich habe nebenbei aufnahmen gemacht irgendwann habe ich dann mal den ton angemacht da kannst du keine zwei minuten zu hören und das ohr ja meine oma schaut dass ich nicht alles reife hat 1 super und dann ist deine oma auch immer glücklich wenn sie am ende den falschen fangen ja ich glaube ich glaube ich habe gar keine gedanken na so gut das geht natürlich auch da gibt es mit der maus fahrt wo wie berlin tag und acht professioneller produziert aber halt trotzdem einer kann dort wirklich schauen und soll irgendwie eine doku darstellen aber man merkt halt voll dass das geschauspielert ist obwohl schlecht geschauspielert ist und weil sie ist halt ab und zu bei den kamerafahrten auch die kamera leute quasi also so halt typisch so druck ist echt schlimm also vom niveau her ist die afer fährt okay wo sich die lehrerin damit den dann gemeinsam betrinkt sondern lehrerin brauchst auf jeden fall die bringt zumindest bei was guter alkohol ist ob die lehrerin zumindest der kalt wird die schüler ja gut das sind so ein format keine alten leute sehen willst das ist ja klar die man wollen ja alles mal auf jugendlichkeit da siehst du mal ganz schön du siehst immer quasi so eine ganze generation von moderatorinnen und tauschspielerinnen die siehst du am anfang weil rtl pro sieben sagt 1 irgendwie und sofern wie diese 35 bis 40 werden sind sie mal bei den öffentlich-rechtlichen also das ist mir schon mehrfach aufgefallen also in den sparten was jetzt der traktor hat auf einmal komplett nach links gezogen reifen was solltest du dann reparieren ja also in art ist öffentlich rechtlich sehr gut das ist da können sie ja trainieren das ist okay aber das siehst du halt eben dass er in diesen ganzen privaten es ist halt im sex selbst und wenn die halt gut aussieht den gucken da mehr zu ne also ich gucke ja auch ganz gerne in tater wohnung und schöner mitspielt weil er nur schon damit spielt nicht weil ich tatort mag oder ich generell krimis marken bei männern ist es nicht ganz so schlimm das trifft er frauen und die schwangerschaft ist auch bei den öffentlich-rechtlichen meistens sehr 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 kritisch also meistens karriere knickt aber das ist bei allen frauen glaube ich so eine schwangerschaft meist karriere knickt weil sie dann ja aus ihrem beruf raus sind das macht dann irgendein anderer dann kommen sie wieder zurück in den beruf der andere ist aber trotzdem noch da die vertretung hast du meistens karriere knickt ja so ehrlich mir ist aus spiel wenn du richtig karriere machen willst musst du auf kinder verzichten oder quasi gebären und dann wieder am besten noch am schreibtisch das kind die kriegte am mittwoch kommt die glücksritter ich gerade hier kenne ich mit eddie murphy den film wo er quasi erst penner ist und dann wird er noch von so zwei börsen um holen quasi dazu auserkoren dass er die rolle mit ihren jungen geschäftsführer tauscht die haben wir so einen jungen geschäftsführer so ein snob ne und dem snob machen sie das geschäft kaputt und den den penner quasi also eddie murphy der da als penner auftritt der wird dann halt eben kriegt dann seinen posten und dann wollen sie halt und dann wird halt gezeigt oder wollen er halt eben die wette damit abschließen dass das also der penner genauso gut sein kann wie der ding ist und so weiter dass die das nicht unbedingt von der geburt abhängen wo man ist sondern eher vom umgang wie man sich gibt und so also so eine art so soll das darstellen und da und dann die treffen sich dann aber also derjenige welchen gibt es ein job er jetzt hat nur der ist natürlich ein bisschen sauer und gleitet natürlich auch in die kriminalität ab dieses erwartet haben und naja jedenfalls rechnen die sich dann nachher an denen in dem die den geschäft kaputt machen oder so ganz lustig gemacht ok da spielt übrigens hier die screen queen mit hier wie heißt toll heißen die tonne die jones hast du nicht jamie jones keine ahnung wie sowas keine ahnung was sind die hier heißt von der screen queen das ist in den 80er jahren und da war sie ja noch ein bisschen jünger die hat auch mit gespielt auch die heißt comedy jones glaube ich auch bin mir nicht ganz sicher übrigens immer durcheinander mit dem typen der so heißt die hat mitgespielt in freaky friday auch bei den salonen die mutter zum beispiel hast du eigentlich kevin can wait ja erste staffel ich fand die serie am anfang eigentlich ziemlich gut war ab der zweiten war dann quasi die ehemalige carrie damit genau von king of dreams genau und finde ich halt wie sie das gelöst haben die haben quasi einfach dann die alte schauspielerin rausgeschmissen die alte mutter ja da spielt nur die carrie mit aber die spieler die tante oder sowas also die spieler nicht für die älteren kinder nein die nein eh nicht sie spielt eh nicht die mutter quasi sie wird dann so zur mutterfigur aber nicht die echte mutter ja und sie lassen einfach dann quasi die echte mutter einfach so zwischen staffel 1 und staffel 2 ist sie einfach gestorben ach ja wo auch noch ja einfach das ist das erste was du in der ersten folge erfährst siehst du wie sie an der kiste stehen oder wie nein nein gar nicht mal du hörst das nur textuell dass sie tot ist das ist jetzt wirklich nah genug dran gefahren und das sieht schwierig aus für einen dollar hast du das ding reparieren ich schaffe also kann sagen was das da jetzt repariert kann ich ja nicht durch dann nee ich glaube das kommt mit patch 1.28 oder so irgendwann mal überhaupt kommen vielleicht mit der platini mitischen was gleich mit der platini mitischen ja das dlc jetzt hast du den jetzt hast du den arm repariert oder ja ok jetzt den anhänger oh der war teurer ja das ist ja der strohanhänger der ist ja größer ja also es passt quasi nicht alles ganz rein ja ja also ich kriege das jetzt alles abgemäht hier jetzt so in dem dem durchgang ne aber der anhänger steht bei mir gar nicht mehr in der markierung und wird dem als reparator sagt er das ist das angehangen quasi nein der ist nicht angehangen wenn es ist alles abhängen 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 aber es ist eigentlich egal alt äh alt 1 ja nö ist eh egal ich hab mein screenshot jetzt sind wir schon ganz schön pikig aus der medrescheidze naja jetzt bin ich glaube ich fünf oder sechs oder folgen hintereinander nur medrescheid gefahren ne ich ja bin ja erst auf dem habe ich nur abgefahren na gemäht und gewendet haben wir zwei stimmt ja stimmt so ein bisschen was anderes haben wir so schön durchgemacht aber nicht viel aber nicht viel also soll ich jetzt das so hier schon abfahren nö 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 kriegst du gleich wie viel ist denn da noch platz hast du mal kurz reingeguckt der eine der vordere ist 92% voll das stimmt nicht das muss der hintere sein ok dann oder insgesamt 92% das kann auch sein wie viel sind drinne äh 21.000 es müssten rein passen 22.850 insgesamt ja dann ist das 399 also wenn du jetzt rankommst dann kannst du dir voll tanken ok weil 1800 habe ich schon wieder drin das müsste dann reichen dass du voll wirst der hintere hänger ist entscheidend ne der ist nämlich noch nicht ganz voll und dann kannst du die stelle suchen wo du den soja verkaufst nehm mal an es wird entweder range oder oder äh andern das rohr kommt raus ne ach so keine ahnung vielleicht dachte ich hat es eingefahren aber naja gut soo in der nacht schauen die runde rechten das stimmt ja ähm hier soja bohne soja bohne hafenspeicher ist das höchste mit 785 die tonne dann wissen wir doch wo du es hinbringst dann wissen wir doch wo du es hinbringst dann wissen wir doch wo du es hinbringst auf zum hafenspeicher auf zum atmen was kannst du dich noch erinnern wie wir nfem gespielt haben was haben wir gespielt nfem da in der testphase das ach so ja was ich für für mich nicht spielbar angesehen habe ja genau äh äh GameStar hat quasi das tot erklärt wieso? naja du hast immer dieselben Missionen ja aber da haben sie auch so einen riesen Hype drum gemacht es gibt kaum noch spieler selbst die hardcore spieler spielen sie nicht mehr ja und mir hat das von Anfang an nicht so gesagt ja die wollten ursprünglich wollten sie das spiel komplett anders machen ja hup war gerade genau ähm Bahnübergang hier was begangen ist quasi davor wollte er nicht mehr abbremsen bitte noch rüber aber durch zwei Anhänger hatte weil es sehr knapp hm das rote licht blinkt schon früher ja das als dass die schranken runter gehen ne 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 da kann man sich dran orientieren ja ich dachte es geht nicht raus aber die kann halt doch verdammt schnell wenn so ein rotes licht bedingt dann kann man durchaus auch anhalten sieht die Folge aus ne ne wir sind hier nicht nur Formel 1 was sagt mir keiner ich dachte es ist die Formel äh es ist der Formel Simulator 9 der Formel Simulator ja schwierig na der kommt bestimmt auch demnächst raus ne ne der neue Formel 1 Teil wieder ok ja das ist überhaupt also es gibt eigentlich keine Rennspieler ja ich muss sagen ich war von 2 enttäuscht das haben wir ja nur kostenlos gekriegt ne da gab es ja immer mal kostenlos ja äh und ich habe es quasi gestartet du wirst gleich in ein Rennen geschmissen und ich habe mein Lenkrad alles dran ne und da könnte man eigentlich von einem Rennspiel erwarten dass das das Lenkrad mittlerweile alleine erkennt auch wenn das Grid 2 ist äh äh aber Codemaster und Lenkräder das ist gerade äh nein und 720 Grad Lenkräder das ist schonmal gar nicht ne also du hast in den Formel 1 Teilen 13, 14 und 15 könntest du kein 720 Grad Lenkrad gebrauchen du musstest da so dermaßen die Lenkung verstellen damit du damit überhaupt lenken kannst ok geht sich ja übrigens aus dass ich beide gleichzeitig ablage das ist doch sehr schön bringt doch gerade richtig Schotter gerade rein überhaupt nicht sehr schön sehr schön sehr schön 17.863 Dollar haben wir verdient bisschen was ja mhm das ist gut ich habe ja jetzt nochmal so knapp 3000 kriege ich jetzt zusammen nochmal aber ich würde sagen die lagern bei oben einfach ein für schlechte Zeiten oder falls wir dann wirklich mal einen Schweinestall haben dann haben wir schon die Soja die eine Ölfrucht quasi die man da braucht haben wir dann schon und können damit die können dann schon mal dann die erste Nahrungskette quasi dann bauen wenn wir dann mal soweit sind aber ich denke mal da kommen wir bald hin also ich denke mal wenn wir die Schweine oder die Viecher noch verkaufen die Pferde jetzt die zwei die wir da verkaufen müssen dann legen wir die zwei die auf den Hänger stehen natürlich rein in den Stall ich weiß nicht wie die an Wert verlieren ob die uns sterben oder so keine Ahnung ich glaube sterben ne sterben geht nicht in dem Spiel das stimmt also er ist ja kein USK0 mehr oder sowas oder sowas ist das hier das ist auch ja trotzdem ist das glaube ich sterben ist hier nicht drin in dem Spiel anhängen ist einfach plötzlich genau das ist auch nicht gut so ich werde jetzt hier das Schneidwerk noch abhängen ne und dann muss ich ja schon wieder sagen was ich immer am Ende einer Folge sage die Folge ist zu Ende das war eine Folge LS1970 ich bin hier aus dem Studio mein Name ist Meister Schröder bei uns war der das Chaos bin ich oh das habe ich jetzt aber nicht gut abgesetzt das muss ich nochmal anhängen sieht es besser aus irgendwie glitscht der ganze Hänger jetzt noch vorne naja gut was soll es gut wenn es euch gefallen hat könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo ich würde mich riesig drüber freuen wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen bis dann tschüss 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 Vielen Dank.